Spätestens mit den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am Wochenende wird das Superwahljahr 2021 eingeläutet werden. Und in diesem Video wollen wir ein letztes Mal vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz mal schauen, wie denn der aktuelle Stand der Dinge in Rheinland-Pfalz ist. Und dieser aktuelle Stand der Dinge ist der vergangene Sonntagmorgen. Bis dahin habe ich nämlich Umfrageergebnisse gesammelt. Und so sind für dieses Video hier zwei Umfrageergebnisse von besonderer Bedeutung. Nämlich das hier von Infratest DIMAP, kurz ID, vom 4. März und das von FW, also von der Forschungsgruppe Wahlen, vom 5. März. Es gibt jetzt kurz vor der Wahl zwei interessante Beobachtungen und Trends, die ich euch am Anfang schildern möchte. Das eine betrifft die SPD, das andere betrifft die Freien Wähler. Und ich beginne mal mit der SPD. Die SPD hat nämlich jetzt die Führung von der CDU übernommen. Wenn wir auf diese beiden jüngsten Umfrageergebnisse blicken, dann sind die nämlich grau hinterlegt. Das gibt hier eben die Führung an. Die CDU lag ja lange, lange in Rheinland-Pfalz vorne und hatte Chancen und berechtigte Hoffnungen gehabt, die stärkste Kraft werden zu können nach der Wahl. Aber jetzt sieht es doch so aus, als würde die SPD klar die Landtagswahl gewinnen können. Das liegt, wie man bei Infratest DIMAP sehen kann, zumindest bei Infratest DIMAP nicht daran, dass die SPD plötzlich an Zustimmung deutlich gewonnen hätte. Im Gegenteil, sie ist konstant bei 30 Prozent, da gibt es keine Veränderung. Der Unterschied eben zum Umfrageergebnis vom 25. Februar und damit die Erklärung, warum die SPD vorne ist, ist einfach, dass die CDU jetzt schwächelt. 28 Prozent sind es hier bei Infratest DIMAP und das sind ganze drei Prozentpunkte weniger als davor bei Infratest DIMAP. Und dass die CDU jetzt schwächer geworden ist, da würde ich mal mutmaßen, dass vielleicht da auch die Bundespolitik eine Rolle spielt. Denn wenn wir auf den Bundestrend schauen, dann ist es ja auch so, dass die Union zuletzt an Zustimmung eingebüßt hat, aufgrund eben der Corona-Politik. Und das mag hier auch auf Rheinland-Pfalz jetzt abfärben und deswegen ist die CDU nicht mehr auf dem ersten Rang. Wenn wir die beiden Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt mal miteinander vergleichen, Malu Dreyer von der SPD auf der einen Seite, Christian Waldorf von der CDU auf der anderen, dann ist es so, dass Malu Dreyer auch deutlich beliebter ist als Christian Waldorf. Insofern hat Malu Dreyer auch noch einen Amtsbonus, der hinzukommt und der ihr sicherlich am Ende noch und der Partei insgesamt, der SPD, auch nochmal zugutekommen dürfte. Und bei der Forschungsgruppe Wahlen ist es so, dass die SPD sogar auch verhältnismäßig starke 33% kommt und da der Forschung zur CDU sogar 4% beträgt. Ja, die zweite interessante Beobachtung, der zweite Trend betrifft hier die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Ganz ausführlich heißt es hier, das ist der Landesverband Freier Wählergruppen Rheinland-Pfalz e.V. Das ist also der ganz lange Name. Ich habe sie hier mal mit FW und Freie Wähler abgekürzt. Und die Freien Wähler haben hier deswegen eine interessante Beobachtung zu bieten oder einen interessanten Trend zu bieten, weil sie hier bei Infratestimap mal auf 5% gekommen sind jüngst und auch bei der Forschungsgruppe Wahlen liegen sie bei 4%. Es ist also nicht ausgeschlossen und unmöglich, dass die Freien Wähler sogar in den Landtag einziehen könnten. Das wäre in gewisser Weise eine Überraschung, aber angesichts dieser Werte sollte es tatsächlich nicht mehr überraschen, wenn wir am Sonntag die Freien Wähler im Landtag einziehen sehen werden. Also, auf die sollte man ein Auge werfen und genauer drauf blicken und wir werden nachher auch bei der Sitzverteilung mal die Freien Wähler mit einbeziehen. Ansonsten schauen wir mal ganz schnell auf die anderen Parteien. Die Grünen haben den dritten Rang ziemlich sicher in der Tasche, kommen auf einen zweistelligen Wert. 11 bis 12% sind es und damit auch auf deutliche Zugewinne im Vergleich zu 2016. Die AfD liegt konstant bei 9% aktuell, also im einstelligen Bereich und muss mit Verlusten rechnen, wird aber sicher in den Landtag einziehen. Die FDP liegt bei 7 bzw. 9% und dürfte den Einzug eigentlich sicher schaffen. Interessant ist, dass Silway, als ich am Samstag geschaut habe, die FDP noch bei 5,7% taxiert hat auf Kultusumfrageergebnisses. Da wäre es sogar ziemlich eng für die FDP in den Landtag einzuziehen, aber ich denke, dass der allgemeine Trend aktuell eher pro FDP spricht, auch auf Bundesebene. Oder auch in Baden-Württemberg ist die FDP stärker geworden und hier in Rheinland-Pfalz dürfte das auch der Fall sein. Also die FDP dürfte in den Landtag sicher einziehen und sicher nicht dabei werden wohl die Linken sein, die hier bei 3% sind und damit so in etwa beim Wert der letzten Landtagswahl. Ja, dann können wir auf Gewinne und Verluste blicken. Ich habe also jetzt dieses Ergebnis von der Forschungsgruppe Wahlen und das von Infratest Dimap genommen, also das jüngste, den Mittelwert gebildet und das mal hier in Relation gesetzt zum Landtagswahlergebnis 2016. Und bei den Gewinnern, da haben wir in erster Linie erstmal die Grünen mit plus 6,2% Punkten. Sie werden auch die größten Gewinner werden bei dieser Landtagswahl. Dann haben wir im positiven Bereich aber auch noch die Freien Wähler plus 2,3% Punkte aktuell und die FDP plus 1,8% Punkte, die also auch mit zugewinnen und dann vielleicht sogar mit klarem zugewinnen, so kann man das auch sagen, rechnen können. Die sonstigen kommen insgesamt auch etwas besser weg als 2016 und die Linke, die hält im Grunde ihr Niveau und das reicht eben nicht zum Einzug in den Landtag. Und dann haben wir bei den Verlierern drei mit drei deutlichen Balken, die CDU minus 3,3% Punkte, die AfD minus 3,6% Punkte und die SPD minus 4,7% Punkte. Aber der Trend zuletzt war eben der, der Balken der SPD ist kleiner geworden, also die Verluste sind ein bisschen weniger geworden, als sie eben noch vor kurzer Zeit waren oder als sie es noch vor kurzer Zeit waren. Und bei der CDU ist der Balken sogar aus dem positiven jetzt in den negativen Bereich gefallen, denn die CDU lag ja lange bei über 30% und hatte sogar hoffen können, das Ergebnis von 2016 übertreffen zu können. Gewinne und Verluste hin oder her, am Ende des Tages kommt es auf die Sitzverteilung und die Koalitionsoptionen an und die könnt ihr hier sehen für den Fall, dass die Freien Wähler es nicht in den Landtag schaffen werden. Regulär hat der Landtag in Mainz 101 Sitze, mit diesen habe ich hier auch gerechnet und ihr seht, dann kommt die SPD auf 36 Mandate, die CDU auf 33, die Grünen auf 13, die AfD auf 10 und die FDP auf 9. Durch das Vorbeiziehen der SPD an der CDU ist es jetzt so, dass die SPD eine deutlich bessere Position eben hier bei der Landtagswahl hat, denn in einem Bündnis mit der CDU zum Beispiel, was ja denkbar wäre, wäre sie eben der stärkere Partner und würde damit auch den Ministerpräsidenten stellen können. Die SPD blickt aber gar nicht auf ein Bündnis mit der CDU, sondern sie würde die Ampel dann schon gerne fortsetzen, zusammen mit FDP und Grünen, man hätte dann 58 Mandate, eine doch deutliche absolute Mehrheit, aber man darf ein Bündnis hier an dieser Stelle nicht vergessen, SPD und Grüne könnten zusammen eventuell sogar auch eine eigene absolute Mehrheit haben. Mit 49 Mandaten aktuell liegt Rot-Grün nur zwei Mandate hinter der absoluten Mehrheit und ja, wenn die SPD sogar noch ein bisschen zulegen kann insgesamt, also besser ist als diese 31,5% aufgrund auch des Amtsbonus von Malu Dreyer und die Grünen hier nicht wirklich schwächer als diese 11,5% werden, dann ist vielleicht sogar Rot-Grün drin, also das sollte man im Hinterkopf behalten, ansonsten hätten wir aber hier noch die Ampelkoalition und die ist dann auf jeden Fall machbar. Die CDU hätte als einzige realistische Option ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP, aber mir erscheint es doch in Rheinland-Pfalz eher unwahrscheinlich, dass Grüne und FDP von der SPD abspringen werden und zu CDU übergehen werden, also es sieht doch eher so aus, als würde es dann auf die Ampel hinauslaufen, wenn es nicht für Rot-Grün reichen wird. Also die Situation ist so, dass es für Malu Dreyer eine ziemlich komfortable Situation aktuell ist und sie sehr gute Chancen hat, nach der Wahlministerpräsidentin bleiben zu können, wenn die Freien Wähler es nicht in den Landtag schaffen werden. Dann schauen wir, wie es aussieht, wenn die Freien Wähler in den Landtag einziehen würden, beziehungsweise einzögen, das ist ja der korrekte Konjunktiv, dann ist es so, dass es für Rot-Grün eher nicht reichen wird, denn dann hat man nur 46 Sitze, da müsste man noch viel aufholen, aber es würde sich so relativ gar nicht viel verändern an den Optionen für die SPD, sie könnte nämlich mit der CDU zusammengehen oder die Ampel-Koalition bilden und die hätte immer noch eine absolute Mehrheit, die klar ist. Dagegen würde die CDU bei einem Einziehen der Freien Wähler womöglich sogar nicht mal die Chance auf die Jamaika-Koalition haben. Hier kommt diese Koalition zwar auf 52 Mandate und damit auf eine leichte absolute Mehrheit, aber wenn die CDU noch ein bisschen schwächer werden würde, dann würde es womöglich eventuell gar nicht reichen für dieses Jamaika-Bündnis. Und so gilt, sollten die Freien Wähler tatsächlich in den Landtag von Rheinland-Pfalz einziehen, dann kann es sogar sein, dass die CDU gar keine realistische Option auf eine Regierungskoalition hat. Also halten wir fest, unmittelbar vor der Wahl hat Malu Dreyer ziemlich gute Karten, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz bleiben zu können. Und so wie es aussieht, wird auf jeden Fall die Ampel-Koalition nach der Wahl auch eine Option sein, vielleicht sogar rot-grün, aber für Malu Dreyer sieht es gut aus. Und so sieht es insgesamt auch sehr gut aus, für die SPD bald ein Jubiläum feiern zu können, denn seit dem 21. Mai 1991 hat die SPD die Ministerpräsidentschaft in Rheinland-Pfalz ununterbrochen inne. Das heißt, Malu Dreyer kann bald dieses 30. Jubiläum mit der SPD wohl begehen. Es sieht zumindest gut aus. Und so sieht es aus. Also, wenn man ein paar kurzen, dann kann man ein paar kurzen, dann kann man ein paar kurzen, dann kann man das mal kurz auf Avantgäu-Konalzen.